ich hoffe dass das camp hier was war das denn hier genau das war dieser turm den ich brauche ich einen power charge oh ich weiß Okay, dann finden wir vielleicht noch den zweiten. Oder ist der zwar schon... Ne, der ist noch. Vielen Dank. Das ist so ein Schatz, den man nicht findet. Was war da? 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 Ich weiß gar nicht, was war da. Ich weiß gar nicht, was da noch war. Da waren diese Beeren. Brauchte man. Hm, jemand anderes. Dieses Rezept. Ne, nur noch diese Blätter. Ne, nur noch diese Blätter, hm? Ne, nur noch diese Blätter. Ne. So. Was ist eigentlich mit dem Land jetzt? Ist es befreit? Ne, ne. Ne, nö. jetzt noch was irgendwo bist du noch ein lager sein und wäre das ja weiß gefällt nicht dass hier schon das rote ist wenn ich überrennen naja wenn dann fangen schon mal von vorne an ja ich glaube ich muss ich muss los sind schon wieder lustig ob das hier lasse ich erst mal vielleicht kommt ja dann doch mal der ein oder andere klick daher und nimmt irgendwas mit ja die soll ich zurück und zurück erst mal weg bringen wobei ich ja eigentlich ne ich habe doch ein lagerfeuer in meinem inventar das ganze zeug hier mit räumen in die lager packen kann ich das jetzt hier direkt setzen wenn ich kein place hier ist dann man das nur klaus wo dann vielleicht dahinten ach ging okay stehen direkt jetzt müsste ich ja das hier schocken Ja, funktioniert. Guck mal. Ja, nice. Okay, dann nehmen wir das da. Gib euch mal die Schaufel. Und dann haben wir hier schon was wieder leer. Oh, das war nicht fair. Vielen Dank. 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 Ich glaube, das war. Vielen Dank. Ja. Wir müssen hier erst mal die Vitorne Verwaltung machen. Okay. 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 ich bin gut dass ich jetzt so viel zeit haben beim anderen war das sofort das kämpfe unter meinen füßen gekugelt und Vielen Dank. Oh, geht nicht mehr. Okay. Ich kann noch ein bisschen tragen. Ich glaube, hier war leer, da war leer. Hier ist nichts. Ist eigentlich auch erfreulich, wenn da mal nichts ist. Na gut, das kann ich nicht mehr drauf. Hier ist noch ein bisschen. 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 Ah, hat er nicht gemacht, okay. So, jetzt gucke ich noch, aber ich glaube, da dürfte jetzt nicht mehr so viel zu finden sein. Was sind denn noch da hinten, ne? Ja, da sind jetzt eigentlich nur noch die zwei Wacken hier. Okay, ich glaube, das war's. Alles mitgenommen. So, wenn ich jetzt was übersehen habe, oh mein Gott. Das macht nichts. So, dann werde ich das jetzt noch ins Lager schicken. Was ich hier gesammelt habe. Ich bin jetzt auch vom Pferd aus. Ja, okay. Das war's. Das war's. Oh, nice. Sehr hungrig bin ich. Dann wünsche ich mir doch mal einen Snack. Ach, jetzt hätte ich das Brot nehmen müssen, ne? Mach komplett satt. Hm, ja. Und lustig. So, aber ich glaube, das Gebiet, da muss halt noch irgendwas sein, ne? Weil es ist ja halt nicht befreit. Hier war das eine vor. Hier ist jetzt das Holzfällerlager. Ich weiß nicht, wie das auch gestimmt ist, ne? Ich könnte hier nochmal gucken. Aber hier war ja das eine Lager. Ich gehe jetzt nochmal in die Richtung, hier. Hier unten ist ja schon wieder Erwachs. Das war nur gelohnt. Und hier vorne? Welches hier noch irgendwas? Ja, da könnte ich jetzt eigentlich das Camp hier eigentlich auch zerstören, ne? Nicht, dass sich hier wieder Leute ansiedeln. Da muss ich nur Gantt-Powder da in die Küche packen. So, ich packe das so. So, hier habe ich dabei. Natürlich. Ich glaube, man braucht... Soll ich den Vorsitz noch mal drei mit? Ich denke, das funktioniert so. Mit der Küche. Oh, die war das vorne. Nee. Oh, nein. Oh, hier. Küche. Renne ich das nicht so nieder? Aktiv Gantt-Powder in die Küche. Es blieb immer in den Zünden des Feuers. Oh. Ah. Ich dachte, ich facke das Lager damit ab. Ah. Ich habe mich selbst in die Luft gesprengt. Und das bringt doch dann gar nichts. Man muss ja dran stehen, um es zu entzünden. Ne, für den Schalik. Ja. Gut, dass ich noch lebe, ne? Aber Tee da. Wie soll ich denn das... Wie soll ich denn so ein Lager jetzt abfackeln? Nee, schnisch. Ich werde mir Mathee holen hier aus dem Lager. Ja. Ein Fallschmissen ist nicht lustig. Hallöchen. Nee, muss noch Tee. Ich dachte, ich hätte hier Tee gemacht. Nicht? Dann habe ich hier Tee gemacht. Ja. 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 Dann weiß ich gar nicht, ob das das bringt, ne? Ob ich vielleicht die erste Wirkung erstmal abwarten muss. War doch so ein bisschen. Ne? Geht schneller. Wie wackele ich das denn jetzt hier ab? Kann ich vorher Pfeile machen oder so? Exploding Error. Vielleicht sowas. Was brauchst du dafür? Gut. Gunpowder, Flint. Los. Ich mach sowas jetzt hier. Hm, hilf mir. Was brauch ich. 6-Wood-Gunpowder. 6-2-6. 6-Gunpowder. Oh klar. Ich hab das gar nicht mal. Ich müsste so viel haben. Für das Experiment. Moment. Na ja. Wie hab ich jetzt genommen? 7. Okay, ähm. Mut waren es nichts. Den Rest weiß ich nicht mehr. Blind und close. Ich hab nur noch 3 close. Was soll ich? Hab ich hier noch close? Nee, leider nicht. Nach welchem Pferd noch? Blind. Na ja, hier genau. Passt nicht genau. Irgendwo, dann kann ich das hier erstellen. Hier einen. Erkrieg 2 raus, aber. So. Wo schieße ich denn drauf? Am besten auf so einem Zeltplan oder nicht? Die brennen doch am besten. Oder auf Holz? Am besten auf dem Holzstoß da hinten, ne? Dann macht's Puff. Ich mach das. Kann ich das überhaupt? Ah, ich hab gar keinen Bogen dafür. Ich hab keinen Bogen, um das zu machen. Ach, nee. Lass den Plan, dann scheitert's wieder. Wer wendet mit Eschbow? Okay, den hab ich aber schon gelernt. Den muss ich nur herstellen. Hm, gut. Ich bin johle Sohn. Ich bin johle Sohn. Ich bin johle Sohn. was like so jetzt geht's jetzt will ich action sehen hier richtige große explosion bitte okay Okay, vielleicht gibt es ja hier irgendeine Option im Lager, dass ich es abfackeln kann. Oder es können einfach nur meine Krieger das dann machen. Vielleicht hier am Lagerfeuer? Wir sind doch dasselbe wieder bei der Küche, ne? In Explodierzeit. Irgendwie nicht, ne? Ich habe keine Ahnung, wie ich sowas abfackele. Ja, dann muss ich es halt lassen. Es könnten halt wieder Leute hier reinkommen. Na gut, ich gehe jetzt erstmal da vorne hin. Oh, ne? Ja, zehn Minütchen haben wir schon. Habe ich da vorne auch ausgerutscht. So. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, die werden das schon schaffen, ne? Gehen die ausruhen. Dann sind die bestimmt da. Ja, schön. Aber es sind nur zwei. Warum sind da nur zwei? Ich hatte drei Leute hingeschickt, da ist einer draufgegangen. Oh, die Eisenbahn ist hier. Vielleicht hab aber die Quest nicht mehr, ne? Okay. Freie Ada. Guck mal hier, die ersten Questen, die ich rufe. Und hier? Papauno, Eisenbahn, Unterstützungslager. Ich würde nur einschüchtern von allen bei Papauno, Eisenbahn, alle? Oha. Oha. So, dann hab ich jetzt hier wenigstens nur wieder Questen. Ich mach mal ein bisschen. Ja, wo ist der denn mittlerweile? Wo ist der Messie? Oh, ich hab hier noch einen Kämpfer. Ach, der ist mittlerweile hier. Okay, guck mal, 6,5 Prozent. Ich halte dagegen. Uh. Was ist hier passiert? Nein. Sind die draufgegangen? Sind die draufgegangen? Sind die kaputtgegangen? Ach. Scheiße. Oha, das ist der Moos. Ja, die sind von denen hier getötet worden. Shit. Deswegen sind da auch nur zwei angekommen, ne? Drei losgeschickte, aber die sind jetzt auch tot. Könnte natürlich jetzt sein, dass ich jetzt auch draufgehe, ne? Soviel zur Expansion. Okay, die haben das hier abgerissen. Dürften die doch jetzt hier gar nicht mehr die ganze Zeit hin und her fahren. Weil der Spot ist weg. Tod. Strip. das ist meine festgefahrene kutsche da vorne steht halt immer noch mal die haben jetzt auch wir gehen jetzt aber einfach dass sie was ist hier ist hier irgendwie was in dieser ecke a nicht hier ein icon ja was auch da kommt jemand sehr hungrig und sehr lustig einfach dass ich jetzt hier wieder noch ein paar ansiedeln auch wenn jetzt ist der lager komplett leer ist nicht dass das verfehlt oder so aber das da jetzt praktisch steht ja praktisch in meinem lager da könnte ich auch die und hier kommen hier kommen wir auch an die leiche ich werde den einfach mal woanders legen vorhin ich weiß nicht ob es so klug ist hier wieder los ich meine das doch wieder leute hinzuschicken wenn die leute jetzt hier stehen nicht durchziehen und meine lage angreifen hier sind schon welche ich denke ich werde in dem lager erst mal chillen noch so beobachten ob jemand vorbeikommt so dann weiter geht es dann aber erst beim nächsten mal okay dann vielen dank fürs zuschauen ja ich bin gespannt wie es weiter geht ob ich das überhaupt schaffe die roten nehmen immer mehr zu ich trotz so bemühen schaffe ich es nicht wirklich ja mal sehen da wird es schon werden ansonsten fange ich noch mal neu an und habe halt mehr wissen und kommen dann wahrscheinlich wieder klar ja vielen dank fürs zuschauen macht es gut der Wohle gute nacht und so und ja man sieht sich bei nächstemal was 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 und ja wo wo ich wo wo